Na dann, viel Spaß. Okay, ihr dummen, wandelnden Kadaver. Alles klar? Ja, jetzt geht's los. Oh Mann, das ist ja fast wie zu pinkeln, wenn er herzuguckt. Ich mag dich zumindest zu messern. Schrei jemand anderen an, mich kümmert's nicht. Schade, ich hab's auch gar nicht abzustecken. Was redest du da? Ja, wie messern. Red mal lauter. Warum sollte ich? Weil man dich nicht schlecht versteht. Vielleicht in deinem Video. Diese Scheiße angefangen, ne? Ihr Arschlöcher da auf den Rängen. Haltet ihr das für witzig? Warum schaut ihr nicht, was das ist das letzte Mal? Macht euch auch mal die Hände schmutzig. Oh Mann, ich hab Zeit, ich bin ein Ehrenmann. Ja, Ehrenmann. Ja, ich bin ein Ehrenmann. Boah, ich versteh das einfach nicht, wie man bis in diesen ganzen Runden, ne? Bis man Runde 30 oder so kommen kann. Es gibt Leute, die schaffen es bis Runde 40. Okay. Überleg mal. Okay. Wenn wir alle Rätsel lösen und alle ihre Krieger besiegen, wird der Durchgang geöffnet. Scheiße. Warum muss er auch immer recht haben? Warum hat er die Wahrheit gesagt? Fällt eigentlich sonst niemandem auf, wie lächerlich wir aussehen? Ich meine... Wer hat die Wahrheit gebracht? Ich fühle mich wie so ein keltischer Wabar. Nur noch Messern. Ja, wir müssen 13 Stück Messern. Ein Anwärter fordert die Streitere Zahre heraus. Warum machst du das? Junge, nicht dein Ernst. Nur noch einer muss ich messern. Ich glaube, die haben sie weg. So, schieße ich darf. Jetzt nicht mehr. Nicht. Ich probiere jetzt hier. Denken, Alfrecht, du wärest entsetzt. Das Feuer des Rahr wurde eingefordert. Meine Fresse. Du ein offenes Feuer. Boah, das hat fast meine Eier gekocht. Jetzt abschießen. Was? Warte. Das Feuer tut dem Wieser nicht. Warte kurz, warte kurz. Das ist nicht ganz kurz. Oh, das soll ich sagen. Bock, Mist. Warte ganz kurz. Die Aufgabe ist abgeschlossen. Die nächste wartet bereit. Wir müssen diese ganzen Aufgaben machen. Durch eine Klingenfalle. Ach du Scheiße. Doppelte Punkte. Uh, doppelte Punkte. Und er fickt alle. Perfekt. Ey, der Typ ist einfach an meinen Schuss reingegangen. Man kann nur einen machen. Erst müssen wir diese Aufgabe erledigen. Dann können wir das nächste. Lass jetzt den... Ich habe eine Frage, was passiert, wenn man alle Feuerkessel anmässt. Ich weiß es nicht. Ich will es ausprobieren. Komm mit mir. Ja, komm jetzt. Nicht sterben. Das tut weh. Das sieht aus wie der Baum der Göttin. Wie zur Hölle kommt ein Stück irische Legende in eine römische Arena. Hahaha. Ich vergaß dich. Wo sind die ganzen Gegner? Seht nur, es ist ein Walross mit einer Kylinder. Hier. Du schlottabwege. Ach du. Ach du. Noch. Die Aufgabe ist erledigt. Das war die Aufgabe, wo wir machen mussten. Jetzt tun wir uns doch die letzte. Mama, ich habe dich geholt. Jetzt musst du mich holen. Aber ich warte erst. Ich habe keinen Bock, jetzt auch noch zu sterben. Nur wegen dem. Schreiner. Jetzt müssen wir aber den letzten unbedingt leben lassen. Sie sind Runde 6 und haben noch unsere Anfangswochen. Was ja und. Wir sind nicht stabil. Ja, meine treuen Fans. Stanton Shaw ist zurück. Ich weiß, ich bin nicht wirklich hier und ihr jubelt mir nicht wirklich zu. Aber, verdammt, das ist meine Halluzination. Verstehe ich nicht. Was? Keine Ahnung. Egal, jetzt müssen wir auf jeden Fall den letzten umbringen. Äh, nicht umbringen meine ich. Hallo, ich kenne Zombies. Wollen mich. Insta. Insta, okay. Denk dran, lass den letzten. Wah, furchtbar. Bei mir ist noch einer. Ihr könnt ja sollen, müsst nur angucken. Bei mir sind vier. Okay. Wenn ich hier sterben sollte, sterbe ich dann wirklich? Schöpflammer. Sind wir wirklich hier? Ich muss es jetzt nicht sofort wissen. Oh, warum hast du geschossen? Du hast doch geschossen. Ja, aber du hast den letzten geholt dann. Okay, sure. Warum schießt du, wenn ich gerade dabei bin? Das ist doch dein Spezialgebiet. Egal, komm mit. Wir laufen jetzt weiter. Schließlich bist du älter als Methusalem. Ja, ja. Mach dich nur über mein Alter lustig. Sehr witzig. Sehr witzig. In der Tat zu meinen Spezialgebieten. Das ist eine Gladiator-Aren. Kannst du nur... Was? Keine Ahnung wo. Ich dachte, du hast du heute. Ich hatte jetzt zum Vergleich. Komm jetzt. Komm, du darfst auch Türen aufmachen. Du hast 7.000. Nein. Doch. Ich hab ein K. Ja, ein K, klar. Du hast keine Beweise. Mach die Türen auf. Insta-Care. Ich glaube, das Blatt hat sich zu unseren Gunsten gewendet. Schlussoperation. Rechnung kommt später. Oh, es verändert sich auch. Oh, fuck. Jetzt bin ich gleich tot. Aber alles gut. Denk dran, lass den letzten am Leben. Aha. Kiste, öffn dich mal ne Runde. Du hast alle auch gemacht, danke. Du schuld ja was. Oh, diese Truppe. Diese Truppe. Pass mal kurz auf die Zombies auf. Ich will auch auf die Kiste. Oh, ich mag das. Oh, Digga. Ne Pistil. Also ne Schnellfeuerpistil. Oh, die Schnellfeuerpistil. Oh, die Schnellfeuerpistil. Lade. Lade, nade, 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 nade. Ja. Cool. Okay, lass den letzten am Leben. Komm, jetzt müssen wir was machen. Geh du schon mal hoch und mach den zweiten Gong. Also, weißt du, wo ich meine? Oder mach du den hier, egal. Mach du den, ich mach den anderen. Wir reden über den Gong, gell? Ja, über den Gong. Oh. Ein Anwärter fordert den Streiter des Odin heraus. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ja, packst du das auch? Ja, gleich, ich hab die euch aktiviert. Der Streiter des Odin wurde erledigt. Waren es die Dings, die Tiger? Nein, die Tiger waren nach der Rammkrank. Also bei jedem, die in den Wald. Oh, hallo. Du brauchst mich mit diesen Krallen nicht auszuweiten. Meine Eingereien. Okay, den haben wir jetzt auch geholt. Jetzt fehlt nur noch einer. Ich brauche diese Art von Bestätigung. Der Streiter der Danu wurde erledigt. Ein Anwärter fordert die Streiter des Zeus heraus. Hast du das letzte auch schon gemacht? Ich mach doch das letzte. Perfekt. Einer so. Warte, ich komm hoch und helf dir. Warte, ich komm schon. Sind es drei Stück, glaube ich, oder? Nein, nur zwei. Einer tot. Der andere auch gleich. Die Streiter des Zeus wurden erledigt. Perfekt. Ich fühle mich wie ein Hunger, der hat sich die Nase am Fenster eines Restaurants plattdrückt. Chill, mach langsam. Junge. Glück gehabt. Morgen, der letzte. Egal, lass sie am Leben. Hallo, kleines Ding. Wohin gehörst du denn? Komm, wir suchen mal die Teile fürs Schild. Warum nicht? Ja, such sie mit mir. Ja, warum nicht? Wie, warum nicht? Ja, warum nicht? Was laberst du? Ja. Oh. Ich kann einfach warum nicht. Nein, das war doch nicht. Das ist mein Wort. Ha. Ach, schon, zwei bis drei. Ich hab das erste Fall. Das ist unabhängig. Ah, perfekt. Jetzt gibt es noch einen. Welches? Irgendein Teil, ich weiß es nicht. Ja, ach, das ist unabhängig. In der Mitte. Ah. Unabhängig. Ich bin noch nicht überziehen. Ich hab's. Ich hab Messer. Ich hab das Teil. Okay. Jetzt nur missbauen. Da ist es. Wo ist die Werkbank, Mann? Ah, hier. Pass auf, hinter dir. Ich schiebe dir die Franke in den Rachen, wenn du das nochmal fährst. Oh, Junge. Ich, ja, Mann. Nicht schlimm. Ja, nur gesagt, dass ich sei, die nicht chillt. Das ist schlimm. Ich hoffe, ich krieg Zeit die Chance. Na, cool sieht aus wie ich an den meisten Tagen. Die hauen gegen mein Schild, das ist gut. Das hast du gut gemacht, auf Rissfeld. Oh. Eingekesselt, eingekesselt. Das, ihr Freunde, kommt davon, wenn man nicht voll und ganz bei der Sache ist. Ich hatte keine Wahl. Ja, alles gut. Jetzt müssen wir halt aufpassen. Jetzt hab ich eine Frage an dich, Scarlett. Ja, ich komm raus. Du und dein Vater, ihr scheint euch ein wenig entfremdet zu haben, auf ihn zu finden. Wieso? Anders? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Erreichen sie fünf Volltreffer hinaus. Da hintereinander. Volltreffer sind Kopfschüsse. Ah. Easy. Warum sind bei mir keine Gegner? Bei mir sind Gegner. Oh Mann, hab ich nicht verkackt. Dieses Schild ist voll praktisch, wirklich. Ja, ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, dieses Gladiatoren-Ding hier. Das ist eine mystische Zeit mit Zombies. Verstehst du es? Nein. Junge, klingst du gelangweilt. Also, von mir aus können wir nächste Runde starten. Ja. Besser als eine Tasse Tee, Amber. Hä? Alter. Ich hab mir grad einen Prank geholt, dass wir nicht nachladen. Dann kommen Blitze, wo meine Gegner umbringen. Okay. Ist voll geil. Entfesselt die Entweiten. Oh Mann, jetzt kommen die Zomb- äh, die- Ah, nee, da fehlen noch eins. Die Tiger. Wenn ich Hatchet machen kann, dann will ich die Regen. Ach, du Scheiße. Ja, ja, du Scheiße. Ja, Mann. Doppelte Punkte. Ehre. Bei mir sind keine. Perfekt. Warte, warte noch, warte noch, warte noch, warte doch. Warte doch, Junge. Du hast doch gar nichts gesagt. Ich hab mehrmals gesagt, warte doch, warte doch. Du sagst erst, warte doch, wenn ich geschossen habe. Einfluss von, äh, Substanzen stehen. Sollte ich mir dann nicht wenigstens härtere Bretter vorstellen können? Junge, diese Blitze, die sind einfach nur geil. Später, wenn dieses Riesenviech kommt mit diesen komischen Tentakeln oder was das sein soll, dann müssen wir dann zusammen sein, weil der, der braucht zwei Schläge und wir sind tot. Ich kommentiere mich, Alter. Ich kommentiere mich, Alter. Ich versuchte die ganze Zeit, die sind hintereinander zu treffen. Nein, ist besser. Luka. Arbeite. Das. Bei mir sind keine mehr, lass den letzten Leben. Oh, das sagst du mir jetzt? Ja, das sag ich dir jetzt. Bei mir sind nämlich keine mehr. Wände aus Schäden, check. Brennende Fackeln, check. Opferkreis, check. Als Mann der Wissenschaft denke ich, wir sind auf etwas... Diabolisches Stoß. Ich hab eine Sache gefunden. Das brauche ich später noch. Ich weiß es nicht. Ihr werdet es schon sehen. Du hast eine Sache gefunden, hast du gesagt? Ja, da steht halten für teil. Ich habe irgendwas gefunden und er hat gesagt, das brauchen wir später noch. Ihr werdet schon sehen. Hat meiner gerade gesagt. Komm her, Gladiator. Jetzt habe ich noch einen Teil gefunden. Verstehe ich nicht, weil es wird nichts angezeigt. Weiß wohl der letzte ist? Oh mein Gott. Haben wir nicht gerade den Riesenkerl mit den Äxten gesiegt? Ja. Jo. Messer zieht den gerade. Was? Messer zieht den gerade. Alter. Sorry, was? Messer tut ihm die Rage. Nein, der ist tot. So, jetzt haben wir die vier Köpfe hingemacht. Jetzt können wir punchen. Ja, Mann. Wenn wir das Geld dazu haben. Hey, aber komm jetzt nicht zu mir, weil wir hier werden jetzt viele Gegner kommen. Na klar, dann gehe ich raus. Ich habe die Hälfte gestützt. Für alle Energie. Danke. Bitte. Kommt ihr noch ein Lolli. Danke. Bitte. Oh, sind diese Wasserdämonen nicht durchsicht? Geil. Kommt ihr noch ein Hitcher? Arme Nahrung, ich sehe kaum noch was. Alles voll mit Leuten. Perfekt. Ja. Wenn du ein Co-Spiel zurückgesucht hast, hast du dir den falschen Briten ausgesucht. Dinger, zum Glück hatte ich gerade dieses Laserdämonen. Wie alles heute Nacht. Ich habe keine Chance, wenn sie weiter so auf mich einprügeln. Ich wollte schon immer einen echten, lebendigen Krieger sehen. Der hier sieht nicht so aus. Dinger, durch diesen blauen Zombies sind die alle viel stärker. Das fehlt doch nicht weiter. So, ich punch jetzt noch ganz schnell. Komm, ganz schnell. Perfekt. Und noch mal punchen. Wenn man zweimal puncht, dann kriegt man nämlich... ...ne Spezial... ...sache. Bei der Waffe. Okay. Ich muss sechsmal Ausrüstung... ...ääh... ...abschließen. ...abschließen. So, abschüsten. Errechnen die sechs Ausrüstung... ...abschüße. Was heißt das? Keine Ahnung. Weil ich hab dich gar nicht verstanden. Bei mir waren zwei Gladiatoren, ich hab beide umgebracht. Ist bei dir noch irgendwo ein Gladiator? Ja, zwei Stück. Dann bringen sie mal um. Warte, ich komm und helf dir. ... und immer noch bis ich glaube deinem vater ist das auch nicht bewusst okay dann war es okay wenn wir beide hier oben sind es ist zu viel ja perfekt dann frage ich mal wieder na gut jetzt muss ich die große Warte ich komm mal. Ah du lebst ja wieder. Ja, Selbstbelebung bekam. Warum sagst du nichts? Weil sie nicht gewusst hab ich gerade aber. Junge das sind zu viele. Das ist noch gar nichts. Wir sind gerade mal Runde 13. Bei mir sind keine mehr. Und bei dir? Ja. Ich habe eine neue Aufgabe gekriegt. Überleben sie eine komplette Runde im Tempel. Wo ist der Tempel? Frag dich nicht. Ich habe keine Ahnung. Warte da oben links steht es. Sehe ich gerade. Danu Turm Keller. Wo ist der Tempel? Hier. Tempel bin ich. Ich muss hier eine komplette Runde. Ich bin kein Munitionologe aber ich glaube meine Waffe ist fast leer. Dann glaubst du richtig weil die Waffe ist jetzt leer. Bei mir ist Atombombe. Ja nimm sie. Das reicht immer noch nicht. Du brauchst noch genau 6 Punkte. Da töt den. Jetzt kannst du. Ich habe ihn wegen dieser Sache die Hölle heiß zu machen. Jetzt muss ich nochmal punchen gell? Dann kriegst du eine Spezial. Und noch ein Axtwerfer. Dann kriegst du eine Spezial an einem Sache. Aber die kostet jetzt nur noch die Hälfte. 2500. Ich bin Wunder. Ich bin Wunder. Raktor. Vielleicht wäre ein Karrierewechsel angebracht. Und dann verschwand er einfach. Und ich wurde umhergereicht. Von Verwandtschaft zu Verwandtschaft. Von Waisenhaus zu Waisenhaus. Von Schwester zu Schwester. Bei mir steht noch Überlebens wie eine komplette Runde im Tempel. Ich habe es zumindest versucht. Bei mir steht schon 6 von 6. Da reichen die 6. Ausrüstung. Abschlüsse. Keine Ahnung. Digga ich muss ja eine komplette Runde überleben. Hau mal ab. Weil sonst kommen alle. Oh na toll. Genau jetzt kommt dieses Beat. Ricardo hau hier ab. Sonst sind wir zu viele. Das ist gar nicht meine Schwiegermutter. Und das Viech kommt natürlich zu mir. Ein weiterer Sieg für die Chemie. Nein dieses Viech ist bei mir. Er ist bei mir. Oh Instakill. Arme Nacken. Du kannst doch das Viech töten. Ich habe es umgebracht. Doppelte Fote. Alter was war das. Junge nicht normal. Sack der Scheiße. Wo sind nur all meine Kugeln hin. Ok wo ist der letzte. Ah mir fehlen noch 5000. Hier. Perfekt. Hätte ich gebraucht. Aber machst du nichts gesagt. Die Gabe eines Gottes. Jetzt müssen wir zur Arena. Ich habe doch gerade gesagt. Mir fehlen 5000 noch. Ja sorry. Jetzt guck mal was aufhine. Das war ein K. Er schmettert ihren Willen. Perfekt. Perfekt. Jetzt geht es rund. Kann ich nicht nehmen. Perfekt. Dann kratzt mir den Rücken. Geh mal hoch. Komm mal hier her. Hallo. Ja. Komm mal hier her. Kannst du das nehmen. Komm mal her. Chill ich muss kurz abhauen. Warum abhauen. Es sind nur zwei Stück. Wir nehmen das hier. Da. Ja. Dann nimm es. Lass sie mal kurz am Leben und pass auf sie auf. Ok. Einen am Leben lassen. Ja ok. Ein. Weil ich muss Kiste. Nur einer. Ja. Einer reicht. Hier sind drei. Dann töte zwei. Ok. Einer ist noch da. Ja. Dann lass den am Leben. Ich fange schon. Ah. Ich habe eine neue. Äh. Schalte sie 10 Zombies mit ihren. Spezialwaffe aus. Ich habe auch neue. Ich soll fünf. Äh. Tiger umbringen. Hm. Nicht ganz das. Was ich erhofft hatte. Wenn ich dir nicht bin. Oh. Eine totale Verarsche. Meine Fresse. Kannst du ihn ablenken? Ja. Ah. Ich hab die Waffe. Ich hab speziell. Ja. Jetzt muss ich gucken wo die Kiste gelandet ist. Die Kiste hat einen neuen Ort. Such mal mit mir die Kiste. Ja. Ich kann eh weg von diesen Typen. Die könnte überall sein. Ja. Die könnte überall sein. Und ich weiß nicht wo. Das nervt mich. Ich wollte einfach eine gute Waffe. Und ich krieg wieder eine Pistel raus. Wie ein Zombie. Junge sehe ich aus wie ein Zombie. Nein. Du Arsch. Du Arsch. Walter. Danke. Junge jetzt hat mich überrascht. Tut mir leid. ich habe die kürze die hiesige architektur zu beschädigen einmal oder nicht kann ich kann sie lieber besser danach nicht töten danach ja mein schild ist weg sehe ich gerade ja ja ich nicht ich habe es nicht mehr zu diesem schild gehört eine winzige klinge ein dolch nein auch kein schwert nennen wir es einen scharfen gegenstand alles klar ich denke die ganze zeit warum es nicht geht kein geld das ist ja seltsam wie kein geld nur doch noch 4480 ich hatte gerade eben 5100 ja wegen wenn du steht machst bekommst du das zieht mir geld ab ja lass mich kurz umbringen kommt zu mir vielleicht reicht es dann kommt zum ding zum punchen na klar ich glaube koppeln wo ist er da hoffentlich reicht es natürlich reicht es nicht wohnen sohn du willst wissen was im brief meines vaters stand aber nur den stinkefinger maximale munitions gehen wohin wieder wir sollen nicht zu zweit sein glaubt mir ja zum glück habe ich die waffe nicht weggemacht weil die ist gut auch auch die 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 Oh nein, 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 Ah, easy, komm her, ich kann der Dings, kann dich beschützen. Bonuspunkte. Bleibst du? Es ist Insta, beeil dich. Jaaa, Junge, du schläfst Lava. Egal, dann muss ich mich halt selber respektieren. Geht's noch einmal. Ich weiß es nicht, aber ich freu's nicht auf die Probe stellen. Ah, er liegt, hör. Das ist dein, wenn wir jetzt ver- GG. Gute Hunde. Deine Schuld. Was für meine Schuld? Ich, ja, du hättest machen können. Ja, ja, okay, stimmt schon. Junge, ich hab 77 Volltreffer und du hast 29. Und? Und? Und trotzdem ist es seine Schuld. Ja. Hat trotzdem Spaß gemacht. Nein, hab dich. Der Sieg macht Spaß. Ich hab dich. Ja, ich hab dich. Vielen Dank.